So und hier herzlich willkommen wieder zurück zum Server Let's Play. Es war ja schon eine ganze Weile her, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben. Also eine ganze Weile und jetzt haben wir natürlich einen neuen YouTuber hier, einen neuen Server Let's Play, nämlich unseren guten Spielfigott, ist mal hier weggeboxt und kennt sich hier ja sehr professionell aus mit YouTube und allem und Let's Play, deswegen habe ich den hier mal hinzugezogen zum Server Let's Play und... Hör, hör, ich werde ausgeschlachtet, ich muss den Server machen. Und natürlich macht er auch den Server und alles und die Events und da bin ich auch sehr froh darüber. Und jetzt haben wir hier angefangen eine Welt zu machen, wo man bauen kann. Und... Ich komme mit Dennis. Und... Fangen wir doch erstmal an hier irgendwas auszubauen. Bauen wir alle eigentlich ein Haus oder...? Ne, das geht nicht gut. Bauen wir ein Haus. Oder bauen wir einen kompletten Pornokeller? Also wo jeder dann seine Abwehr hat. Natürlich bauen wir einen Pornokeller. Ne, ich würde sagen, jeder geht in seine eigene Richtung und baut sein eigenes Zeug, weil... Ich würde aber sagen, man kann schon nebeneinander wohnen. Ja. Aber das kann man so machen, wie man will. Ich würde schon eher sagen, wir nehmen die Stadt. Ich merke schon wieder, ich kann schon nicht mehr rennen, weil hier, glaube ich, da so viel Mist los ist. Ich habe einen Apfel. Brauchst du? Natürlich. Von hier. Aber ich tue ja gerade das Schwein mit der bloßen Hand vergewaltigen. Ich habe dir einen Apfel gegeben. Danke. Oh, ein Skelett. Ne. Skelett ist behindert. Und ich gehe das kaputt. Ne, ich verprügel es gerade mit der bloßen Hand. Und es ist tot. Das sind aber ein paar schöne Schweinchen. Macht aber keinen Sinn, jetzt ein Holzschwert zu machen, ne? Wenn anfangen lohnt es das nicht. Hast du schon ein Crafting-Table, Justin? Sicher. Ja. Wo bist denn du? Hinter dir. Kann ich euren Crafting-Table mit benutzen? Ich würde hier oben drauf ein Haus bauen, eigentlich. Ich möchte aber jetzt auf dem Berg haben, wie immer. Da oben. Ich baue mich auch erstmal den Berg rein, weil... Und ich schaue mal, dass ich hier nicht so viel Zeug wieder verbrauche. Ich baue da oben. Ich werde hier dann eher so bauen. Ne, warte. Ich habe die perfekte Lichtung gefunden. Ich würde hier so, hier vorne so bauen. Jetzt baue ich doch mal selber ein Crafting-Table, ja? Ja. Ich würde sagen, ich baue hier. Wir sind doch. Oder? Ja, hier ist schön. Hier bei dem Berg gegenüber von dir. Ich sehe dich nämlich schon. Ah, da. Ja. Ja. Jeder hat sein eigenes Monopol. Wir sind nicht zu weit weg vom Spawn. Ich bin sogar genau im Spawn. Naja. Ja. Wir sind beide eigentlich. Ich bin ja am Spawn. Ich bin ja am Spawn. Ich glaube immer einer dazukommt von den Spielern, die dann mitspielen können. Natürlich nur die, die vertrauenswürdig sind und auch ordentlich mitspielen. Mhm. Natürlich nur, wenn die wollen. Können wir auch gerne so wie damals machen, dass da... Ja, ist keine Ahnung. Was? ...von damals wieder mitmachen kann. Hauptsache jetzt ist keine Ahnung. Und natürlich kann ja auch jeder aufnehmen, wie er will. Das ist ja auch gedacht. So. Möchte ich nur noch ein bisschen Kohle? Ich bräuchte mal Stein, damit ich mir einen Ofen bauen kann. Da oben müsste bestimmt irgendwas sein. Ich brauche einen Ofen, damit ich mir Kohle brennen kann. Das finde ich Kohle. Ich brauche keinen Ofen mehr. Ja, man kann hier... Du musst aufpassen, Justin, die Holzspitzhacke. Wenn du Rechtsklick magst, dann hast du auch Lock Block aktiviert, ne? Mhm. Also es wird nur angezeigt. Ich habe das mal von Bunten Stein auf Redstone Erz geändert. Aber es ist auch bei Bunten Pickaxe drauf, wenn du Rechtsklick trickst. Ähm. Jetzt müsste ich natürlich noch ein bisschen Holz farben. Dazu mache ich mir auch mal gleich eine gescheite Axt und eine gescheite Spitzhacke. Hast du ein bisschen für mich Stein und so? Nicht? Ich hol dir vielleicht noch mal ein bisschen was raus. Das will nicht. Das will nicht. Das will nicht. Nee, warte, ich habe ihn noch nicht gesetzt. Sicher. Hier ist er natürlich. Ich dachte, ich habe den natürlich schon gesetzt. Nix da. Mache ich hier erstmal die Dings rein, damit ich so los Fackeln habe. Und dann brauche ich nochmal ein bisschen Holz, damit ich auf jeden Fall schon mal das Fleisch brennen kann. Beziehungsweise grillen kann. Created Private Furnance. Bringt nur bei uns nichts. Nur wenn Besuch kommt. Ich wundere mich grad schon wieder, warum kein Shader drin ist. Vielleicht weil ich Minecraft vorhin neu gestartet habe. Geht doch mal schnell weiter wieder rein. Ich wundere mich eher, was bei mir von Musik wieder läuft. Hast du eigentlich Minecraft Sounds an? Ich ja. Also. Also, ich habe jetzt, ähm, bei den Minecraft Sounds habe ich alles anders auf diese Musik da. Ja, natürlich, die Musik ist so echt kacke. Digga, was habe ich hier für ein Shader gerade reingemacht? War wohl nicht der richtige. Augenkrebs, 4K, halt. Augenkrebs, 4K, HD, wenn schon. Ich habe hier aus Versehen diesen Bouncy Shader da reingemacht. Hm. Oh, der ist geil. Bouncy, 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 Bouncy. Ich habe halt der Welt wackelt. Darauf mal aufzunehmen. Da wird mal ein Pflopete gewinnen. Ja. Mein Baum. Das ist so, wie wenn du besoffen bist. Ich laufe mal kurz durch dein Haus. Ich laufe mal kurz durch dein Haus durch. Ähm. Verdammt, ich wollte doch ein Baum fallen. Ich will langsam jetzt knapp bei mir. Nein, das ist meiner. Das ist meiner. Hey, du machst mehr Schaden. Ich weiß, die Axt ist ein bisschen stärker. So, jetzt einfach mal Spaß beiseite. Ich hole mir mal den Baum da hinten hier. Muss man hier schon wieder so viel tun und machen, damit man hier ein bisschen Holz kommt. Ich will hier nicht angeben, aber ich habe schon gleich einen Stack an Holz. Du bist ja auch der Farming Master, sage ich jetzt mal wie immer. Tja. Und ich bin sogar schon beim Terraformen dran. Und der Meinen. Wie ich mein Haus gleich bauen kann. Ähm. Schauen wir mal ein bisschen Stein bei dir hinten raus. Wie ist das denn jetzt mit dem Thema aufnehmen, äh, bauen? Bauen und aufnehmen? Ja. Kannst du machen wie du willst. Darf man auch bauen ohne feste Zeiten. Ja. Und auch ohne aufzunehmen. Achso. Ohne feste Zeiten. Überlegen wir uns. Aber wahrscheinlich schon. Also natürlich. Aber es ist halt ein bisschen blöd, weil dann, ähm, weißt du, dann ist halt... Hab ich den technischen Fortschritt und ihr seid immer noch Hüllenmenschen, die mit der Hand im Mund nehmen? Erstens das. Zweitens kann der Zuschauer nicht die Entwicklung nachvollziehen. Kann er bei mir sowieso nicht. Von daher. Ja. Ja. Dennis, da fragt man sich dann nur in der neuen Folge, warum steht da auf einmal so ein, äh... Wiesiges Haus. Warum steht da auf einmal eine Festung? Vor einer Folge war da nun ein kleiner Sandberg. Der war vor einer Folge noch ein Dreckhaus. Stell dir das doch so vor. Ja, da, äh, da ist Dennis Dreckhaus und jetzt trocken wir uns aus und machen, äh, eine Pause bis nächste Woche. Nächste Woche dann, äh, beginnen. Ja, hier, äh, steht jetzt Dennis Festung. Äh, sogar aus Goldblöcken daneben nochmal. Ne? Ja, natürlich. Mal schauen hier, was wir da rauskriegen. Ist ja schon mal ganz vielversprechend hier. Ja, und es wird einfach mal wieder Nacht und... Was mache ich bei Nacht? Ich verzieh mich in meinem Keller. Gehto. Gehleckend. Ich glaube, das ist gerade die sicherste Stelle in meinem Haus. Gehleckend. So, ich muss jetzt erstmal wieder Dings brennen. Das mache ich mal zu. Ja, da kann ich den Ofen nicht mehr beschützen, da es steht jetzt so weit draußen und ist schon in Arbeit und alles. Ofen beschützen, weil das ist wieder... Weil der ja auch gelockt ist. Sonst wird der Ofen noch geklaut. Kommt irgendein Endermeld. Kommt der Goody aufm Server? Ja. Ja, ja, kommt der Goody und auf einmal hören muss man... Ist das überhaupt ok? Nö. Keine Ahnung, aber ich werde mich jetzt erstmal voll fressen. So wie ihn wir laufen, ne? Wenn nö, dann kann er das nicht und... Das war nits, Justin. Ja. Nur weil er Pole ist. Ja. Ja, da ist er noch. Hm, ich frag mich aber schon, wie mein Haus aussehen soll. Also designtechnisch. Holz oder Stein oder ne Mischung? Dein Ding. Beton. 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 Also... Stone. Nein, grauer Stein. Tag 33. Steine sind immer noch eckig. Genauso wie bei dem einen, der schon seit vier Jahren in eine Richtung läuft, nur um die Fahrlens zu sehen. Und die Blöcke verschieben sich immer weiter und die anvisiert, die sind dann irgendwie zwei Pixel nach rechts oder so verschoben, weil es schon so weit gelaufen ist. Und dann sagt er immer so, keine Ahnung, Tag 1400 oder so. Jetzt sind das schon zwei Pixel. Ja, wenn man sonst nix zu tun hat, geht das ja. Jim, vor allen Dingen waren wir da eigentlich 30 Tage nur für Brauch. Jetzt wage ich erstmal den Ofen wieder zu ergattern. Wär ja auch so geklaut wurde. So, jetzt bin ich immer in Sicherheit. Und der Ofen ist auch in Sicherheit. Jetzt bräuchte ich hier noch ein Bett und dann wär alles perfekt. Weißt du, was Karma ist? Was? Meine Werkbank steht draußen. Und meine Spitzhacke geht kaputt. Egal, mach ich die zweite.